In diesem Video geht es um Comics, aber Mickey Maus. Und was genau, seht ihr gleich. Hallo, ich hatte ja schon an anderer Stelle erwähnt, dass ich mal mit Comics angefangen hat mit Knacks Heftchen von Sparkasse oder Mickey Maus Fixen Foxy und so. Wer Fixen Foxy nicht kennt, doch, das gibt es wirklich. Das ist keine Erfindung. In meiner Kindheit gab es das zu Genüge, genauso wie diese ganzen Mickey Maus Heftchen, mit Gimmick und so was. Ich habe mal gesehen, online per Zufall, ein Heftchen, dieses hier, von 86. August 86. Da geht es um Taran Mitmach-Comic, quasi ein Abenteuer-Comic-Spiel. Ich wusste nicht, ob es das ist, aber ich wusste, so habe ich irgendwann mal eine Mickey Maus-Ausgabe gehabt und habe an einem Abenteuerspiel mitgespielt. Ich dachte, irgendwas, das wäre wie Merlin und Camelot gewesen mit Zauberschwert und Zauberbuch und so was alles. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war so eine Ausgabe. Da habe ich das gesehen und habe gedacht, komm, kauf dir es mal, guck mal. Ich habe nur gedacht, so von den 86, es muss noch zu früh gewesen sein. Das kann nicht das gewesen sein. Habe ich das gekauft, günstig, bei einem Online-Auktionshändler. Dann steht da in der Heftmitte, soll dieses Abenteuer-Comic-Design. Ziehe da die Heftmitte. Die Klammern sind da, aber das, was an den Klammern war, ist raus. Schade. Muss man nochmal nachgreifen. Natürlich, die Verkäufer auf Ebay oder anderen Online-Auktionshäusern, die sagen natürlich, es ist den Umständen entsprechend gut gealtert oder gut vorhanden für die Anzahl der Jahre oder keine Ahnung. Und da denkt man immer, es könnte trotzdem die Heftmitte noch vorhanden sein oder gut erhalten, im Dachboden 30 Jahre gelagert oder sowas. Wo man denkt, okay, 30 Jahre, da kam es in etwa vielleicht raus, ein bisschen mehr als 30 Jahre, 35 Jahre oder so. Könnte noch original erhalten sein. Ich musste da natürlich nachlegen und habe mir das nochmal gekauft beim anderen Händler und habe gefragt, ist die Heftmitte drin? Ja, ja, die ist drin. Da ist auch wirklich drin. So muss das aussehen mit der Heftmitte. Da ist das Abenteuer-Comic-Spiel dabei. Ein Bogen mit Sachen. Goldmünzen, Flasche, Proviant, Kette, Zauberschwert. Alles dabei. Und worum geht es hier eigentlich? Für mich war das der Vorläufer von Rollenspielen oder von Abenteuer-Spielebüchern. Abenteuer-Spielebücher und so und Rollenspiele oder Solo-Abenteuer und so, das hat mich zum Rollenspiel bewegt. Das ist das, was mich dazu bewegt hat, irgendwann mit einer Kurve am Tisch zu sitzen und Pen & Paper-Rollenspiele zu spielen quasi. Aber diese Abenteuer, die kann man auch alleine spielen. Das sind Solo-Abenteuer, wie es so schön genannt wird. Solo-Bücher oder Spielbücher oder wie sie alle heißen. Man fängt an mit einer Vorgeschichte, mit Kurzanleitung, was zu tun ist, wie die Regeln sind, wenn überhaupt komplizierte Regeln dabei sind. Meistens ist es simpel und einfach. Vielleicht wird nur ein sechsseitiger Würfel zum Würfeln von Zufallsereignissen. Da fängt man an zu lesen und muss sich immer wieder entscheiden. Wenn du das machen willst, dann gehst du da hin. Wenn du das machen willst, dann gehst du da hin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und das ist nur ein Auszug davon. Und als ich das dann gekauft hatte und mir ein bisschen durchgelesen hatte und so als Erinnerung aufheben wollte, ich habe jetzt nicht die Intention dazu, den Stanzbogen auszustanzen. Und ich bin froh, dass es überhaupt vollständig war, wenn ich den jetzt auseinandernehme, ihr wisst. Als ich das so gesehen habe und bearbeitet habe und im Internet noch weiter recherchiert habe, habe ich noch gesehen, dass es auch ein anderes Mickey Mouse Heftchen etwa ein Jahr später gab. Das war dieses Heftchen hier. April 87 kam das. Auch mit Taran, Abenteuerspiel. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es Taran war, weil eigentlich war das schon zu früh für mich. Es muss irgendein anderen Film gewesen sein, vielleicht von Disney vor allem, was anderes, Marilyn, das Zauberschwert oder die Hexin der Zauberer oder irgendwas, ich weiß nicht. Irgendwie war es von 90 herum. Ich weiß nicht genau wann. Es ist halt das Dilemma, weil man nicht mehr so die Erinnerung hat daran. Ich weiß nur, dass es das war, was mich begeistert hat. Und bei diesem Heftchen habe ich halt die Heftmitte dabei gehabt. Ein vorhergehendes war wieder, hat der Händler gesagt zu den Jungen, also der Verkäufer, ja gut erhalten, alles dabei. Und da war die Heftmitte war leer. Da war dieses Comic-Spiel dann doch nicht dabei. Da musste ich nachlegen. Dann habe ich ein Heft gehabt, da war diese Heftmitte dabei, wie hier. Und wo ist es? Seht ihr diese Klammern wieder? Da müsste eigentlich dieser Bogen sein. Dieser Bogen, den habe ich bei einem anderen Verkäufer dann doch kaufen können, nachkaufen können, also mit Heft kaufen können. Der war dann lose dabei beim Heft, bei einem anderen Heft war es nicht dabei. Dann habe ich gedacht, ich will aber noch mal eins in meiner Sammlung haben, was ich komplett belasse. Und habe dann weiter gekauft. Ja, ja, die Heftmitte ist dabei. Ja. Bis ich dann wirklich ein vollständiges Heft hatte. Es ist natürlich der Jahre geschuldet, dass es sowas vielleicht nicht mehr gibt. Ja. Ich hoffe, man sieht es, wie gesagt. Ich bin da ein bisschen am rumfuchteln an der Kamera. Im Prinzip kann man das allen Kindern und Jugendlichen empfehlen, sowas. Oder auch Erwachsenen diese Deadpool-Comic zum Spielen. Gibt es ja auch. Ist ja auch ein Solo-Spiel, wo man alleine als Deadpool in dem Comic Abenteuer erlebt. Und ich finde es eine tolle Sache. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es Taran war oder irgendwas anderes, wo man diese Abenteuer-Comic-Spiele hatte. Ich weiß, in meiner Kindheit, ich muss so 10, 11 gewesen sein, oder so, hatte ich irgendein Mickey Mouse-Heftchen mir gekauft und habe es dann an einem Brunnen am Salinenplatz in Kreuznach habe ich es dann auseinandergepackt mit dem Gefühl, endlich habe ich es. Also ich wusste, es gab es schon. Ich weiß aber jetzt nicht eine Woche, ein Jahr und ich weiß auch nicht mal, was es für eine Ausgabe war, was da war. Ich weiß nur, es gab so ein Zauberbuch, ein Schwert, Tränke, Proviant und sowas und das hat mich begeistert. Du gehst durch eine Welt und überlebst und erlebst Abenteuer und Gefahren und musst entscheiden, wo du lang gehst, was du machst und das hat mich dann zu diesen Solo-Rollenspielbüchern gebracht, wo ich dann zeitgleich irgendjemanden kennengelernt habe, also fast, ein, zwei Jahre Unterschied, der gesagt hat, er kennt sich mit Rollenspielen aus und hat mich dann eingeführt zuerst in die Welt von Midgard und irgendwie Rollenspiel an sich. So ein Video habe ich auch schon gemacht. Wie ist eure Erfahrung dazu? Habt ihr auch sowas gekannt? In eurer Kindheit? Habt ihr auch sowas gelesen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das schon mit diesem Video. Ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Tag, den wir jetzt haben und ein schönes, sonniges Wochenende und haut rein und sieht sich. Bis zum nächsten Mal.